Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Katharina! Happy Birthday to you! Ja, jetzt haben wir eigentlich schon einmal gesungen, aber das soll es nicht gewesen sein, denn unser Gesangstalent, du merkst, wir sind talentiert, geht in die zweite Runde. Und eigentlich hatten wir ja schon so ein bisschen angedeutet, wir machen das auf die Prison Break Musik, aber klar, wisse bekloppt, da kann auch kein Mensch drauf singen, gut, behauptet man vom Herbert auch. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, alle hier unsere Nachbarn und ganz Edelrad Rheinland bestimmt auch, bis dahin ist das vorgeklungen. Ja, der Wind hat es weitergetragen. Die haben sich auch sehr gefreut, dass wir hier gesungen haben. Ich glaube auch. Ich glaube, die Bitte braucht jetzt eine neue Wohnung. Und ich hoffe, dir wird das mindestens genauso gut gefallen, wie allen hier im Haus und allen in Edelrad Rheinland. Genau, und vor allem uns beiden, denn wir finden es super lustig. Ja, aber im Nachhinein überlegen wir tatsächlich, ob wir dir nicht hätten ein paar Blumen schicken sollen. Naja, egal. Wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht ist ja irgendwann ihr Postfach wieder leer und sie wird es vielleicht zum nächsten Geburtstag hören. Vielleicht, ja, könnte passieren. So, jetzt halten wir auf die Klappe. Gratulieren nochmal ganz herzlich. Karl macht's gut. Feier schön. Und jetzt Lautsprecher aufdrehen. Dann ist dein Internet-Café leer. Das ist super. Viel Spaß damit. Die Besten. Ich drück aufs Knöpfchen unterwegs. Super. Sag Tschüss Karl. Tschüss Karl. Tief im Westen ist die Klappe unterwegs. Und sie schreibt uns, dass sie viel erlebt. Und jetzt geht's. Tief im Mexico. Tief im Mexico. Tief im Mexico. Du bist ein Schönheit. Jawoll. Aber ... Die Haare nicht braun. Ihr seid die beiden Rubias, den Mexikanern gar nicht vertraut. Denn die sind echt versaut. Aber gerade das macht sie aus. Du hast ein Händchen aus Stahl. Jaja, bei zwei Brüdern braucht man dann auch. Kackalacken zittern laut in der Nacht. Du bist ne echte Killerfrau. Dein Jägerblut hat dich wieder eingeholt. Du Kammerjägerin. Hey K wir grüßen dir. Hey K wir hängen dir. Glückwunsch. K. Du bist in ner Weltstadt. Genauso wie Hedelrath. In Guadalajar. In Guadalajar. Gibt's bei Lesleu nichts zu beißen mehr. Dort wo noch Nachos zählen. Ist der Kühlschrank leer. Aber wer nimmt schon gerne zu. Hey K wir helfen dir. Hey Schinken der ist hier. Ah so Mist. Lecker essen. Ah lecker. Ah das wartet alles auf dich hier. Scheißegal dass ich's nicht essen kann. Ne ne. Sieht nicht mehr ganz so nach Kammer an. Ne. Kann mal runter machen. Scheiße. Du wirst heut ein Jahr älter. Bist ziemlich weit weg. Irgendwo dahinten. Machst in Mexiko deine Fiesta. Trink's mit der linken Hand. Alle Chicos an die Wand. Du und deine Stef. Hey K wären gern bei dir. Hey K wir Prost'n dir. Aah hau weg. Tizia. Hey K wir häng an dir. Aah geh auf. auf Katharina!